In Deutschland, die Queen of Pop im Interview mit Modern Talking. Hi, I'm Mariah Carey and you should watch Blitz. Die Pop-Diva hautnah und exklusiv. Das. Mariah Carey trifft Modern Talking. Die Pop-Diva und Deutschlands Megastars im Gespräch. Exklusiv in Sat.1. Die Königin der Balladen hautnah. Jetzt in Blitz. Zufällig Deutschlands berühmtestes Duo. Modern Talking. Aber vorher traf Blitz Mariah Carey und zwar exklusiv. In Mariahs Karriere das Treffen mit Modern Talking. Die Abräumer aus deutschen Lampen waren zufällig beim Sat.1-Interview in der Nähe, wollten unbedingt mit dem Superstar talken. Deine Stimme klingt total anders, wenn ich dich jetzt so höre. Atmest du viel, da ist so viel Luft in deiner Stimme. Weißt du, was das Lustige ist? Je müder ich bin, desto weniger Luft habe ich. Wenn ich auf Tour bin, muss ich wenigstens 15 bis 16 Stunden schlafen, um diese luftige Qualität zu bekommen. Gerade für die hohen Töne. Wenn ich nicht schlafe, ist das sehr schlecht. Es ist also keine bestimmte Technik oder irgendwelche Geräte, womit du das hinbekommst. Nein, da gibt es zwar Mikros, die das Atmen betonen, aber bei mir ist es so wie bei Luther Dandrus. Der hat auch viel Luft in der Stimme. Er hat mir erzählt, dass es einen bestimmten Punkt in der Luftröhre gibt, durch den die Luft kommt, und der schließt nicht ganz am oberen Teil. Ich war bei einem Stimmspezialisten und der sagte, dass der hohe Ton im obersten Teil der Luftröhre erzeugt wird. Also da, wo man selten hinkommt. Das ist das Geheimnis. Modern Talking, gerade wieder vereint, interessierten sich besonders für Mariahs Scheidung. Ihr Treffen mit der Pop Diva nicht so schnell vergessen. Hoffentlich haben sie etwas von ihr gelernt. Vielen Dank. Sehr schön, dass du dich auch. Danke sehr. Danke. Auf Wiedersehen. Danke.